Attacke. Attacke. Attacke? Okay, noch ein 16er. Bleiche Haut, leerer Blick, allein im Raum, der steht da nicht. Nur eine Person, die allem anscheinend nach nicht am Leben ist. Komm, wir suchen den Grund für dieses Dasein. Wir finden den Ursprung in seinem Spaßschwein. Ja, dicker, er war ein hart kleiner Wichser, nur durch Sparen reich. Jetzt lebt er in den Tag rein, hat nichts mehr was zum Sparen. Reicht ab, häng ich vom Gift, in die in weiter Richtung Warn treiben. Wie ein Blinder am Steuer ignoriert er Warnzeichen. Dabei war er derjenige eine, der Angestellte stetig beleidigt. Ein bisschen Macht legt die Steine für die Abhängigkeit. Mehr Gründe bedarf es nicht, um gegenüber dem unterbezahlten Volke abfällig zu sein. Gegenüber seiner Frau war er nicht anders. Hin und wieder flog die Rechte und die Perle durch die Scherben von dem Wandglas. Auf die Frage, warum er das tot, antwortete er, ich kann das. Du Schlampe, vergiss mal nicht, wer den Schwanz hat. Pizza. Yeah, yeah, peace out for the 5th Street Events unter Fingers. Yeah, yeah. Okay. Okay.